Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Mit TV Mayer und der Frage... Was hätten Sie gern? Geld. Ich möchte plötzlich ganz reich sein. Und Sie? Sportwagen, Karibik, endlos reisen. Dass ich mir einfach alles kaufen kann, was ich will. Ich möchte ein reicher Erbonkel sein, damit alle um mich herum springen müssen. Haupttreffer in der Glücksspirale. Haben Sie denn ein Los? Nein. Ja, dann sind das alles Illusionen. Ja, leider. Auch wünschen beruhende Einbildungen laut Duden Sinnestäuschungen. Die braucht man zum Leben. Real bringen die nix. Warum machen Sie denn raus keine Chance? Wie denn? Ganz einfach. Kaufen Sie sich ein Los. Glücksspirale? Klar. Für 5,50 Mark wird aus der Illusion eine Chance. Und die ist laut Duden eine günstige Gelegenheit, zu 10.000, 100.000, 2,5 Millionen zu kommen. Schon bei den Wochenziehungen. Bei richtiger Jokerzahl alles doppelt. Was denn? Die 2,5 auch? Logisch. Das sind ja dann 5 Millionen. Und bei den Prämienziehungen? 6.000 Mark monatlich. Jahr für Jahr. Sicherheit. Wöchentlich werden zwei Nummern gezogen. Also zweimal die Chance. Glücksspirale. Lose nur bei Lotto.